Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. 500 Freddys into the pitch. Und es geht weiter. Wir sind Tag 4. Und gestern haben wir schon einiges erlebt. Heute wollen wir mal gucken, was wir noch so erleben. Leute, lasst ein Like. Dann schaut das Video bis zum Ende für den größten Support. Okay, wir gehen zur Schule. Es war wieder viel los in der Bude. Und ihr wisst, ne, mein Vati, Alter, das ist jetzt hier Bonnie. Und meine Mama ist dieses Mal nicht zu Hause morgens. Das ist komisch. Sehr komisch sogar. Niemand ist in meiner Bude grad. Alter, nur ababonniert. Vielen, vielen Dank. Komm gerne auf Twitch rüber. Das appreciate dich am meisten. So, es geht zur Schule. Wir sind da. Und irgendwie ist keiner gerade hier. Okay, jetzt ist hier wieder ein bisschen was los. Wir müssen zum Unterricht gehen. Der Klassiker. Jo, wer ist er, ne? Hat er es in der Schule rumgezeigt, das Video? Oh nein. Hey, schau mal. Es ist Oswald, der Waschbär. Ich bin überrascht, dass er nicht weiter im Müll wühlt. Genau. Vermutlich riecht es für ihn dort genau wie zu Hause. Ja, willst du ne Beulerei oder was? Aber es geht ab. Aber es geht ab. Was ist los, Oswald? Du siehst aus, als ob du gleich kotzen müsstest. Vielleicht hat der ganze Müll ihn krank gemacht. Vielleicht verliert er endlich die Fassung. Ha, 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 ha. Die Schüler, ne? Lachen mich gerade aus. Aber es ist gut jetzt. Er hat ihn voll eine reingesmasht. Ich muss hier raus! Digi. Digi, wir haben den Typen... So hat er die Fresse gehauen. Geisteskrank. Der hat so in die Fresse bekommen. Das war wild. Wir gehen ins Ballybutt rein, ne? Wir gehen jetzt in eine Pizzeria, für welche, die das Game noch nicht kennen. Wir haben festgestellt, dass in dieser Pizzeria Jeffs Pizza ein Ballybutt zu der Five Nights at Freddy's Welt führt. Das ist komplett crazy. Lass uns mal hier ein bisschen umgucken, Chat. Nur mal looky-looky machen. Okay, alles ist cool. Alles ist entspannt. Ah ja. Okay, hier ist das Ballybutt. Ab ins Ballybutt. Das kannst du nicht ernst nehmen. Wie viele Kinder haben sie hier festgehalten? Hat da wieder ein Kind geschrien? Echt jetzt? Schon wieder ein Kind? Ah! Ah! Oh Gott! Was war das denn grad? Scheiße, Mann! Ich will... Ich will... Oh Gott sei Dank, ne? Höh, höh, höh. Nein, hab ich gesehen! Hab ich gesehen! Nein! Wehe, 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 das kann nicht sein! Ah! Nein! Joa, ich bin tot, ne? Was soll ich machen? Ups, ich bin aus Versehen wieder zurückgelaufen. Jo, das mit Bonnie war gerade echt crazy. Okay, wir gehen mal hier nach oben. Easy, easy, alles ist gut. Mann, diese Spin! So, einmal ganz kurz die Einstellung, bisschen den Ton runterdrehen. Ist ein bisschen sehr laut geworden. Alright, bin da, bin da, bin da, alles ist gut. So, wir können im Schacht ein bisschen lang klettern. Klettern mal einfach hier hin. Wollt ihr das? Da drin ist was. Finde einen Weg, um den Bären zu locken. Okay, Leute. Ich muss den Bären irgendwie anlocken. Also, also Freddy. Wie kriegen wir den weg? Das war Freddy, richtig? Wie kriegen wir den da weg? Habt ihr eine Idee? Wir müssten einmal, glaube ich, durch den gesamten Komplex laufen. Sind wir uns da einig? Das wäre einfach mal checken. Oh. Das ist die Frage aller Fragen. Was könnten wir machen? Feuerwerk? Aufgrund eines Vorfalls mit unserem früheren Freddy in dem Metronik-System bitten wir alle Gäste, unseren Darstellern, keine Laser in die Augen zu leuchten. Okay, wir gucken mal. Was können wir hier machen? Okay, wie könnten wir... Spielmarkeneinwurf. Okay, können wir fast einen eigenen Automaten bauen, ne? Ich kletter mal hier rein. Wir gehen mal wieder schön woanders hin. Perfekt. Wie können wir denn Freddy jetzt mit dem Feuerwerk hinauslocken? Könnte man das reinzünden? Könnte man das reinzünden? Wieder am Schlüssel. Was habe ich verpasst? Wir spielen jetzt eine Runde FNAF into the pit. Er heult immer noch, ne? Papas Namensschild von der Arbeit haben wir hier. Irgendwie ist das überall. Ich habe das Gefühl, er ist selber schon... Oh. Digga, was ist das? Spielzeug Freddy? Was habe ich denn alles dabei? Skizzenbuch. Können wir da etwas drin finden? Freddy versucht ständig, seinen eigenen Koffer abzunehmen. Techniker 2 ist im Einsatz. Techniker ist einfach fünfmal in Folge nicht erschienen. Zufällige Dinge. Ermutige andere, wachsam zu sein. Okay, okay, okay. Digga, muss ich vielleicht mal in die Bibliothek... Was schreit denn der so? Muss ich vielleicht mit dem... mit dem kleinen Bro in der Bibliothek kurz was klären? Muss ich mir vielleicht die Feuerwerkskörper holen? Fynn, Marco, SCM, Werbung, Mann. Digi, sieh das nicht so negativ, Bro. Du kriegst auf Twitch bei mir ein einziges Mal eine Werbung und das ist, bevor der Stream anfängt. Und die kann ich nicht ausstellen, Bro. Und selbst wenn, du supportest den entsprechenden Streamer immer mit der Werbung. Immer. Völlig egal, was da kommt, aber du supportest immer. Und deswegen würde ich es nicht ganz so dramatisch nehmen, Bro. Weißt du... Okay, gehen wir mal in die Bücherei. Wer ist er hier? Hey, Feuerwerksjunge! Ha! Der Name gefällt mir immer noch. Möchtest du immer noch dagegen tauschen? Klar, ich hätte es gerne. Wollen wir dem mal ein Spielzeug für die geben? Oh, schön. Wir haben einen Tausch. Ja, da ist Gabriel, Leute. Möglicherweise Crush, ne? Bist du okay? Du siehst nicht gut aus. Oh, dein Papa ist hier. Ich schätze... Nein! Mein Vater hat mich gerade... Nein! Hilfe! Yo, mein Dad hat mich einfach mitgenommen, Chad. Ich komme mir leider nicht aus dem Fenster. Kann ich mit der klebrigen Hand das Fenster aufmachen? Äh, äh. Kann ich nicht. Okay, wir müssen schauen, was wir jetzt machen können. Okay, Digi, das ist close gewesen. Ich wüsste gar nicht, dass hier auch noch ein Room ist. Okay, chillig. Warum ist es hier so dunkel? SNVC. Mach's gut, mein Bester. Viel Spaß in der Stadt. Ist doch schön, wenn du was vorhust. Komm hier nicht mehr raus. Die Leiter ist kaputt. Ich würde sagen, aus meinem Zimmerfenster, ne? Wo kann man Prime Video? Wo kann man das verbinden mit Prime? Äh, lass dir das mal von den Leuten im Chat erklären. Die werden dir da sicherlich helfen. Wie gesagt, da musst du es nur einmal einrichten und dann kannst du jeden Monat zappen. Kriegst keine Werbung mehr rein. Kommst ganz entspannt rein in meinen Stream, Digga. Supportest mich damit auch noch. Weil ich bekomme dann irgendwie so... Lass mich lügen, Digga. 2 Euro oder sowas. Aber um die geht's nicht. Okay, wir haben ja einen Lichtschalter. Was meint ihr, wie kommen wir raus aus dem Zimmer? Habt ihr eine Idee? Okay. Navalampe ist auf jeden Fall chillig. Okay, ich muss chillen. Der ist ja irgendwo und kommt jetzt gleich wahrscheinlich rein. Wie lange bist du live? Schon noch ein bisschen. Schon noch ein bisschen. Auf einmal ist alles dunkel. Der macht jetzt die Lichter aus, ne? Was für ein Schwein, ey. Boah, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Jo, wie komme ich jetzt hier raus? Kann ich durch die verdammte Tür gehen, Mann? Boah, Alter, ist das nervig, ne? Können wir vielleicht irgendwie eine Telefonnummer oder sowas anrufen? Geht das? Ah! Ah! Schlecht! Schlecht, schlecht, schlecht. Ich bin so tot. Ich bin so tot, Digger. Ah! Okay, ich kletter unter mein Bett. Was? Spielzeuge? Hey! Warum kommen Spielzeuge aus meinem Bett raus? Jo, was soll das? Digi nervig, ne? Okay, cool bleiben. Also, wie komme ich hier raus? Mit einem Schraubenzieher? Lol, das ist das einzige Item, das ich nicht gedacht habe. Digi, war das frech. Okay, wir gehen wieder ins Bällebad, Leute. Ich habe jetzt einen Böller auf jeden Fall. Und denke, da geht ein bisschen was dann. So, wir gehen mal rein wieder ins Bällebad hier und dann checken wir mal aus, wo wir jetzt die Böller platzieren müssen. Okay, gucken wir mal. Wir müssen jetzt irgendwie... Dynamit platzieren. Ah! Ah! Okay! Okay, doch nicht! Bleiben ruhig, Chat. Bleiben ruhig. Nehmen wir ein Abo schenken, muss ich es bezahlen? Oder der, der mir eins geschenkt hat? Natürlich der, der dir eins geschenkt hat, Boltmans. Toni Renzler, Dankeschön. Für deine Message mal hier drin. Ich sage Hallöchen. Und dann Lava Magic auch. Hi! Leute... Kommt auf Twitch vorbei. Da könnt ihr den Stream richtig gut genießen. Trust, guck mal hier unten. Was ist das? Ah! Jo, wir sehen's. Da ist dann so ein Arm unten drin. Jo, crazy! Jo, crazy! Wer ist das? Jo, wo bin ich hier? Was? Kamera? Oh mein Gott! Jo, was? Nein. Nein, oder? Leute, es gibt ja auch noch... Es gibt ja auch noch Roxy, stimmt's? Dankeschön, Fendo, für den Prime-Sub. Kuss, kuss. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Was geht hier ab? Jo, Chica's Spielzeug. Okay, wir sind raus. Wir gucken mal, was ist hier los. Hier, sie sind nah. Was? Wer? Die... Kameras. Ich glaube, ich muss ans Telefon gehen. Nun, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da bis spät in der Nacht bleibst. Also musst du dir wohl keine Sorgen um die ganze Animatronic-Situation machen. Bla, bla, bla. Wenn du nach der Arbeit nichts zu tun haben solltest und noch ein bisschen länger bleiben willst, spiel einfach noch ein paar Spiele in der Spielhalle. Allerdings funktioniert nicht jeder Automat. Oh, danke, Mann. Ich sollte jetzt ja die Kameras abchecken. Ist da irgendwas drin, was ich wissen muss? Ist halt komisch, dass ein paar Kameras nicht gehen, Leute. Ah, wow. Wir müssen hier raus. Ich... Nein, ich kann nicht. Sie sind immer noch hier draußen. Jo, was? Ich muss die Kreaturen ablenken. Boah, scheiße, ne? So, ein paar Batterien im Spind. Die Kreaturen irgendwie ablenken. Denn du dreh deinen Propeller. Tobias, nur für dich. Aber nur, wenn du jetzt auch auf Twitch rüberkommst. Was glaubt ihr? Wie gehen wir es jetzt an? Hm. Ich hab vor dem hier richtig Angst, ne? Das ist Foxy. Foxy? Richtig, stimmt's. Foxy ist das. Foxy ist der... Foxy ist der ekligste Charakter, den es gibt. Warte mal, ich hab ne Idee. Okay, vielleicht lenken wir es erstmal damit ab. Können wir das Radio einfach? Ne, können wir nicht. Können's nicht mit dem Radio machen. Ähm... Vielleicht machen wir hier oben. Was? Warte mal, ich hab ne geile Idee. Gehen wir in den Angestellten-Only-Room. Da oben. Kennst du im Sicherheitsraum zurück? Okay, wir haben sie abgelenkt. Das hat schon gereicht, Leute. Oh Gott, wo ist das Mädchen denn jetzt hin? Was ist das? Der Ehering meines Vaters. Oh, wir haben alle Beweise für den Vater gefunden, ne? Okay, warte. Was ist hier los? Die Tür ist eingeschlagen, Chat. Ist nicht gut. Hey! Cam 3? Ich muss sofort hier raus. Ich muss sofort hier raus. Weil die waren gerade auf dem Weg und ich müsste eigentlich schnell genug sein, wenn ich jetzt nach unten gehe. Ja! Ja, aber ich muss irgendwie... Ich muss irgendwie einen Weg finden, hier rein zu crashen, ne? Sarah, dankeschön für dein Prime... Stop! Ah! Ah! Musst du die Luft anhalten. Musst du die Luft anhalten, Leute. Wie heißt das Spiel? Five Nights at Freddy's. Into the Pit. Das siehst du bei Twitch auch. Die Kategorie ist immer eingeblendet. Ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, den Geschwärtsschrank zu öffnen. Die Frage ist, Leute... Was kann ich da machen? Das Mädchen erfriert da, ne? Alter, ist das krass. Ich schwör's dir. Können uns hier drinnen verstecken, okay. Aber... Ich würd jetzt erst mal überlegen. Also, müssten wir in die normale Welt? Wir könnten auf den Schrottplatz gehen. Wo würdet ihr jetzt hingehen? Guck mal, wir müssen was finden. Ähm... Gehen wir auf den Schrottplatz? Aber da kann unmöglich was sein. Warte mal, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Irgendwo... Da... Ich muss das Schloss zerbrechen. Brecheisenstange haben wir nicht. Digga, der Strom fällt ja auch einfach random aus, ne? War ist es nicht? Warte mal, können wir das Ding nehmen? Ja. Oder? Damit könnten wir es kaputt machen. Ein Hammer perfekt, um etwas zu zerschlagen. Geilo. Das ist natürlich entspannt. Weiß ich auch, wo wir jetzt auf jeden Fall hinmüssten. Optimal. Wir haben den perfekten Run, Leute. Jetzt können wir sie da rausholen. Smash. Okay. Das war nicht das Mädchen, oder? Doch, ist es. Oh oh. Freddy hat's gesehen. Das ist, glaube ich, jetzt echt nicht gut. Kann die jetzt mal mit mir mitkommen? Du... Du hast mich gerettet. Schon wieder. Lauf zum Ausgang bevor... Okay, Leute. Die ist am durchziehen. Ah! Nein! Lass mich in Ruhe, Mann! Oh Gott. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ab ins Bällebad. Ab ins Bällebad. Aber die Münze muss... Oh, Digga. Die lasst mir schmecken, ne? Wer hat die Münze mitgenommen? Eins im Chat. Morgen ist Feierabend, Leute. Tag Nummer 5. Es wird Zeit, dass wir jetzt Ende machen. Oh, ich muss wieder in der Schule sein, oder was? Bin ich wieder in der Schule? Ey, da steht Oswald an der Tafel, ne? Habt ihr es gesehen? Crazy. Hab ich den ganzen Tag geschlafen? Mir läuft die Zeit davon. Keine Schule mehr. Keine Ablenkung mehr. Ich bringe Papa heim. Okay. Der Job ist easy. Wir gehen ins Bällebad. Und Showdown. Okay, das sieht sehr gut aus. Wir konnten einfach durchziehen. Das ist mir bisher zu einfach alles. Warum sah der Junge so wie Harry Potter aus? Eine Frage. Hä? Freddy's Pizza. Wenn ich da reingehe, bin ich mir nicht sicher, ob ich da wieder rauskomme. Aber ich denke, ich bin so bereit wie nie zuvor. Oh Leute, das Spiel ist echt geil, ne? Hey, warte mal! Tür ist abgeschlossen. What the fuck? Warum ist denn da die Tür abgeschlossen, Leute? Irgendwas stimmt hier nicht. Jo, was ist mit Jeff passiert? Ey, Jeff, Mann! Da ist er. Jo! Guck mal, Digga, wie er da hängt und solitär spielt. Was machst du da, Jeff? Ach, was sieht's denn aus, Junge? Arbeit! Der Chef, ne? Wenn er sagt so, ey, yo, Mann, ich arbeite mir grad so ein Abbruder. Was stürmst du denn so in meinem Büro? Ich muss in das Bälle... Ich mein, ich hab neulich meine Jacke in dem Raum mit dem Bällebad vergessen. Kannst du mich bitte da reinlassen? Ha! Netter Versuch, Junge. Du trägst dieselbe Jacke, die du anhattest, als du rein bist. Nein, tu ich nicht. Das ist meine Ersatzjacke. Die andere hat mein, ähm... Portemonnaie. Ich brauch es, um Pizza zu kaufen. Oh, klar. Das ist sehr wichtig. Hier, nimm den Schlüssel. Aber geh nicht wieder im Bällebad spielen. Ich verspreche, ich komm gleich wieder raus, sobald ich fertig bin. Möchte dieses Ding ohnehin nie wiedersehen. Minerva, danke für deinen Prime-Sub. Hab's gerade gesehen. Vielen, vielen Dank. So eklig? Hm. Du hast keine Ahnung, Mann. Leute, wir haben die Schlüssel gekriegt. Geil. Äh! Äh! Hey! Oh, scheiße. Mach die Tür auf! Oh Gott. Oh Gott. Rein ins Bällebad. Dass ich mich damals safe fühle, krass. Äh! Wow! Musst du die Luft anhalten? Musst du die Luft anhalten? Alles safe? Alles ist safe. Alles cool. Pssst, 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 pssst. Ja, was ist das denn? Ja, was ist das denn gewesen? Lennox. SOS, mein Bester. Hallöchen. Tim, 260311. Was geht, Brudi? Golden Freddy? Ich glaub schon. Aber eigentlich, also... Es ist halt nur dieser eine Freddy echt ein bisschen komisch, ne? Stuka, was geht, Brudi? Hört ihr das? Hört ihr das? Links ist was. Da ist so ne Karte oder so. Pssst, pssst. Check, was abgeht. Lass mich hier raus, dummer Hase. Hey, geht's dir gut da drin? Ich wurde hier von einem seltsamen Hasen eingesperrt. Kannst du einen Weg finden, um mich hier rauszuholen? Ich find schon was. Jo, das ist ja so nervig. Er hat richtig den Spot abgecampt, ne? Er hat richtig den Spot abgecampt. Alles cool. Spinn. Spinne. Noch ne Spinne. Spinne. Rambo. Was geht, mein Bester? Schön, dass du im Start bist. Was ist die Story vom Spiel denn? Ich bin in dieses Battlebad reingekommen. Und dann bin ich hier gelandet. Das ist das Game bisher. Und anscheinend sind wir in einem anderen Jahr. Komplett alles ist komisch. Ja. Ich muss mir jetzt erstmal das Schloss angucken. Weil das sieht so aus, als wäre da eine Keycard oder so vonnöten. Aber irgendjemand ruft da auch wieder per Telefon an. Okay, wir gehen mal in den Security Room. Mal hier rein. Vielleicht da. Jo, ist das nervig, ne? Okay, wir bleiben cool. Test, Digi, was geht. Er zeigt die eiskalte Hundeschnauze, ne? Müssen wir nicht da eigentlich rein rechts? Da müssen wir jetzt warten, bis die rauskommen. Ja, müssen wir warten, bis beide raus sind. Das ist nämlich der Camera Room. Auf der rechten Seite. Welche Nacht ist das? Jonas Eichhorn, Nacht 5. Was machst du denn auf TikTok? Digga, ich bin schon seit drei Wochen auf TikTok. Jeden Tag fast am Start. Luis. Spätchecker geworden. Ich will euch Bescheid sagen, dass ich auf Twitch am Start bin, wie du hier sehen kannst, ne? In der Hoffnung, dass die Leute denken so, oh ja, da gehen wir hin. Moin, bin neu. Ege, was geht? Christine, was nervt dich? Denno, wie heißt du in Real Life? Denny. Okay, wir sind erst mal raus. Alles ist gut. Wir können hier rüber. Und jetzt ans Telefon. Da, ne? Hallo, jemand da? Oh, ne, die haben aufgelegt. Wo kriegen wir eine Schlüsselkarte her? Lass mich mal einfach in den... Wir gucken mal hier im Belletbad so. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Schauen wir einfach rein. Dass auch die Kameras schon wieder alle kaputt sind, ne? Warte mal, da ist ein Knopf. Ah, der macht nur einen Alarm. Und was können wir dann machen? Wir können es ja nicht mal richtig verstecken. Okay, wir bleiben hier drin. Denno, wie fährt sich der Porsche? Sehr, sehr geil, Mann. Ist echt ein geiles Auto. Ist nicht zu doll. Ist nicht zu wenig. Jan, Digi, was geht? Schön, dass du am Stab bist. Dass der Hase immer wieder kommt. Und ich hab mich am Anfang erschrocken. Das nervt so. Ach, das muss doch nicht nerven. Muss nicht so negativ sein. Weißt du, was ich mein? Das ist ein kleines Horrorspiel. Five Nights Freddy's halt. Du bist so entspannt. Maria freut mich. Weißt du, was nicht entspannt ist? Dass ich nicht weiß, wo wir die verdammte Schlüsselkarte herkriegen. Denn du kannst nur mal KenitoPad live machen. Wir haben KenitoPad live gemacht auf Twitch. Hast du wahrscheinlich verpasst. Das ist aber hochgeladen worden auf Denno Clips. Ich glaube, Hauptkanal haben wir das auch schon mal gemacht. Habt ihr ne Idee, wo die Keycard liegen könnte? Ich bin so am Arsch! Ey, bald 10.000, ne? Das geht so schnell. Okay, Leute, wir ziehen durch. Wir müssen jetzt in irgendeinen Raum kommen, wo ein Vent ist. Da müssen wir rein. Oh, Digga, der ist ja so schnell unterwegs. Bro, what the fuck? Yo, what the fuck? Was? Jo, wie lange soll ich denn die Luft anhalten? Die Szene stresst grad. Das ist jetzt so richtig unnötiger. Zeh noch mal an. Wir sind immer noch in der Aufnahme, Leute. Oh, wieder back! Durchs Mellebad müssen wir immer noch abhauen. Und jetzt wird's stressig. Okay, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen durchziehen. Gucken, dass wir irgendwo hinkommen, wo ein Schacht ist. Ja, der Schacht, das ist er. Der wird's. I'mals! Spinne. 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 Wie viele spinnen denn noch? Okay, wir sind safe. Wann ist das Talaruhn-Outfit da oder ist schon? Das kommt erst. Wahrscheinlich im Laufe der Woche. Geh ich mal von aus. Okay, Leute. Alles Gucci. Wir sind endlich wieder safe. Jetzt können wir erstmal nach hinten klettern. So. Wir sind jetzt hier im Schacht. Telefon klingelt. Ich geh mal ran. Hallo? Hallo? Ich versteck mich hier im Schacht. Jo, wie nervig der Typ ist. Der Hase lässt sich einfach nicht in Ruhe. Er müsste eigentlich zu Schika rennen. Was? Jetzt bleibt er am Wend stehen? Das ist ein bisschen komisch. Okay, dann machen wir von hier aus weiter. Der ist jetzt ja erstmal ein bisschen weiter weg. Also würde ich sagen, alles entspannt für uns an der Stelle. Wir gucken mal. Das ist der Wend. Krass. Leute, ihr glaubt nicht, wie oft ich gerade gestorben bin, um hier zu sein. Dieser Hase hat mich so gebrochen. Ich bin erstmal eben richtig geraged. Gott sei Dank können wir das nicht in der Aufnahme, ne? Wenn ihr natürlich mal so ein Rage sehen wollt, müsst ihr einfach mal in einem Livestream auf Twitch vorbeischauen. Ich sag's nur. Aber jetzt haben wir endlich den richtigen Wend. Und ich glaube nämlich, dass die Keycard hier hinter ist. Mann, ich wollte die ganze Zeit nur einfach hier hin. Und es geht einfach darum, dass ich auch meinen Pfarrer suche, weißt du? Okay, wir haben hier die Masken und so. Wir gucken mal hinter dem... Oh, was ist das denn? Hä? Wo kommt die denn alle her? Partyraum, Schlüsselkarte. Okay, ich hab die Keycard. Jo, das war ja einfach. Einfach believen. Ja, wir bleiben cool. So, wir klettern mit dem Wend jetzt hier rüber. Raus. Sofort die Tür öffnen. Komm schon. Schlüsselkarte, jetzt rein in die Tür. Hä? Da ist gar nichts los, Leute. Das Mädchen ist Hass, oder? Vielen Dank. Ich dachte schon, es sei aus für mich. Bevor du verschwindest, ich suche nach meinem Vater. Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe niemanden sonst gesehen. Aber ich hab komische Geräusche gehört, die durch den Lüftungsschacht kommen. Oh nee, ne? Ich hab auf jeden Fall einen Mann nuscheln und schnarchen gehört. Oh Mann, das muss er sein. Ich denke, du solltest direkt bis zum Ausgang rennen können. Sei vorsichtig. Okay, viel Glück. Weiß ich ja jetzt nicht, ne? Jo Mann, das war dumm. Safe. Papa! Papa, du lebst! Was ist da hinter der Tür, Chad? Was ist da hinter der Tür? Ich mach das Seil ab. Ist das mein Vater? Hört sich so an, als wollte ich etwas reinkommen. Ich verstecke mich besser. Okay, ich bleibe im Lüftungsschacht. Was passiert hier? Er nimmt meinen Vater mit! Oh nee! Er nimmt meinen Vater mit, ne? Nein, du bringst ihn nicht schon wieder weg! Ne, ich flipp aus! Toll! Dieser Bär ist da draußen! Echt jetzt! Mein Vater wird geklaut, Leute! Mein Vater wird geklaut! Ich hab ein seltsames Foto. Irgendwie ein seltsames Foto gefunden, Leute. Wo ist das seltsame Foto? Kann ich das angucken? Jo, was ist das denn? Zwei Männer! Was ist denn das für ein Bild? Komisch! Ey, Chica nervt mich grad geisteskrank. Wir bleiben hier drin. Und warten. Kommt nix! Mal gucken, was jetzt jemand schnackt. Was will der? Hallo? Hallo? Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier noch, ob ich hier dieselbe Person arbeite. Ehrlich gesagt, sind fünf Tage eine lange Zeit für jemanden in dieser Position. Also bin ich mir sicher, dass du das großartig machst. Aber aus Tradition, wenn du dich entscheiden solltest, weiterzuziehen, stelle dir sicher, dass du deine wichtigen Notizen an die nächste Person weitergibst. Und du sollst ihnen einfach nur beim Eingewöhnen helfen, so wie ich's bei dir gemacht hab. Das hilft auf jeden Fall. Ah, danke, Bro. Wo hat der meinen Vater hingebracht? Geht hier überhaupt noch irgendwas? Okay, Chica ist hier. Was glaubt ihr? Bro, deine Facecam muss unten und das Spiel oben. Sehe sonst nichts wegen dem Chat. Ja, Brudi, dann einfach Twitch rüberkommen, okay? Meint ihr, ich muss hinter die Bühne? Ja, ich glaub schon. Ich glaub schon. Jo, Marco, was geht? Schön, dass du am Start bist. Wenn du weißt, du noch Bathhouse. Das Game war zu krass. Hey, hab mir dreimal in die Hose geschissen, Bro. Seitdem Windeln verloren, ne? Kommt halt keiner. Keiner kommt. Die sind raus. Jo, die sind rausgerannt, die Schweine. Hey! Lass meinen Vater los, Mann! Der hat ihn so ins Bällebad reingeworfen. Bam! Ich nehm meinen Vater jetzt mit, Alter, und dann verpissen wir uns. Das Foto. Ah! Smackdown! Ich hab ihn so einen gesmashed, Alter. Was geht ab? Bro. Papa! Papa! Wach auf! Sei nicht tot, bitte sei nicht tot. Oh, Digi, dir Faddi. Er lebt noch, Leute. Ich hab's geschafft, ne? Was zum... Was zum Teufel ist das für ein Ding? Was ist passiert aus Wald? Also, äh, ich hab mich im Bällebad versteckt, um dir einen Streich zu spielen, was ich nicht hätte tun sollen. Du bist gekommen, um mich zu suchen und bist auf einen Ball ausgerutscht. Du musst dich beim Sturz ziemlich hart verletzt haben. Es tut mir leid, Papa. Ich wollte nicht, dass die Dinge so aus der Kontrolle geraten. Ich akzeptiere deine Entschuldigung, Oz. Aber du hast recht. Du hättest das nicht tun sollen. Lass uns hier abhauen. Jo, können wir jetzt endlich umziehen? Du und ich sind ganz schön mitgenommen, Oz. Was ist passiert? Du kannst dich an nichts erinnern? Und wenn man diese riesige Beule auf meinem Kopf betrachtet... Nein. Oh. Ich... Ich war sauer auf dich, weil du mich zu spät abgeholt hast. Schon wieder. Deswegen hab ich beschlossen, mich vor dir zu verstecken, um es dir heimzuzahlen. Bist über einen Ball gestolpert und wurdest ohnmächtig. Es tut mir leid, Papa. Ach, Oz. Ich bin derjenige, dem es leid tut. In letzter Zeit ging einiges schief und es liegt an mir und deiner Mama. Dafür zu sorgen, dass du glücklich bist. Ich hab meinen Teil der Abmachung seit der Schließung des Werks offensichtlich nicht erfüllt. Also... Ich denke, es ist an der Zeit, dass deine Mama und ich darüber reden, irgendwo hinzuziehen, wo es besser ist. Für uns alle. Auch für Oma. Ich bin mir sicher, dass es industrie-taugliche Luftpolsterfolie gibt, die genau für sie gemacht ist. Wirklich? Wirklich. Lass uns dich erst mal verarzten. Papa? Übrigens, ich bekomme meinen Schulverweis. Was? Ja. Ey, was soll ich machen, Chad? Ja, GG. Like nicht vergessen. Wenn wir mehr FNAF spielen sollen, Hashtag FNAF in die Kommentare. Und natürlich, denomé FNAF auf YouTube suchen und alle Videos durchsuchten, Leute. Und da auch Hashtag FNAF in die Kommentare. Kuss, kuss, kuss. Euer Deno out. Kuss, 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 kuss Bis zum nächsten Mal.